Hallo meine Lieben, willkommen zu einer neuen Runde Dead by Daylight. Wir sind mit dem Demogorgon unterwegs und wir haben den Seelenbrecher und die grausamen Grenzen dabei. Mit dem Seelenbrecher kriegen die Survivor den Status-Effekt Erschöpfung, sobald sie an einem Gen gehen. Das heißt, Sprintboost und so etwas kann dann nicht mehr wegtriggern. Und mit grausamen Grenzen werden alle Punkte, wo sie springen können, im Bereich von 32 Metern für 20 Sekunden gesperrt, wenn sie den eben fertig haben. So, ich stehe hier jetzt einfach mal am Portal hin. Ich habe noch keinen Survivor gesehen. Hallo, Kleines, das war zu kurz. Nein. Sie läuft aber stur geradeaus weiter. Nein, das geht nicht. Ich treffe die nicht. Jetzt habe ich sie getroffen. So, meine Liebe, wo läufst du hin? Jetzt habe ich sie. Alles klar. War mal ein guter Jump. Kann man nicht meckern. Die vorne ist auf dem Haken. Da kommst du jetzt ran. So. Komm, du bist ihrer mit der Hilfe. Ich habe da so eine Archivquest, wo ich mit diesen Dingern kommunizieren muss. Wo hat es denn jetzt... Ach, da läuft jemand. Aber du kannst gerne wieder reinlaufen. Ich kann so auch Paletten zerstören, ne? Ich weiß, dass es zu kurz war, aber ich möchte hier ein bisschen Druck machen. Ah, schade. Wir eiern halt jetzt um die im Haken herum, ne? Das ist genau das, was ich eigentlich nicht will. Ja, ziehe die Palette. Das ist gut. Nehme ich die gleich weg hier. Da hinten wurde gerettet. Ich will aber nur den Retter. Ah, das war der Jen. Das hilft mir ja nicht. Ach, man hat sich da reingestellt. Wo sind die jetzt lang? Vorne läuft sie. Da wird gearbeitet. Das unterbinden wir mal. Lass sie wieder. Jetzt hat sie mich gesehen. Gucken, ob sie die gute Palette zieht. Nein. Natürlich. Lass die andere. Ah, schade. Kann der denn nicht weiter springen? Gibt's doch gar nicht. Ja, ich sehe euch alle zwei. Gäh. Blockiert ihr euch jetzt gegenseitig und nicht erwischen? Trotzdem keinen. Das ist das Kind. So, jetzt wird sie wieder mit. Boah. Das hat jetzt gedauert. Der Händler hat fertig gemacht. Ich hab dich gesehen, aber ich bin gegen den Baum gesprungen. Ach, okay. Er zieht jetzt die Palette. Du bist da, Mäuschen. Ich hab dich gesehen. Du darfst aber dann nicht jämmern, wenn du im Keller landest, ne? Da ist sie weiter. Schade. Das ist halt schwer zu zielen, wenn man springt. Das hat bei der einen doch so gut funktioniert. Jetzt hab ich dich. Hat ein bisschen gedauert. Aber ich hab dich. Das ist ja mein Ziel. Das ist ja mein Ziel. Euch an den Haken zu bringen. So. Da kommst du dran. Ich leg hier ein Portal irgendwo, wenn es mich lässt. Nee, lässt mich nicht. Okay. Hier wird gearbeitet. Ach, schade. Ich wollte eigentlich gerade springen. Du gehst jetzt aber nicht verletzt retten, oder? Doch. Tut's ja. Ach. So macht man's nicht. Ja? Noch ein Champ fertig. Neh' ich jetzt hier ran. Sie wurde gerettet. Komm her, du! Hab ich sie jetzt? Nee. Jetzt hab ich sie. Der andere wurde jetzt gerettet. Du kannst da ruhig hinlaufen. Da ist halt nix mehr. Ah, hat er alles schon weggenugelt. So. Der Shen wurde bearbeitet. Es sind halt drei Personen jetzt verletzt. Da läuft sie. Glaubt, ich seh sie nicht. Wedel, du bist halt auch sehr auffällig angezogen. So, du kommst mit. Den Keller werde ich nicht schaffen. Ich häng hier ran. Da hinten haben sie irgendwas gemacht. Okay, da ist sie. Siehst du wohl? Bei ihr funktioniert's. Du kommst mit. Das ist schon geil. Die andere wurde schon gepolt. Du kommst hier ran. Oh, ist tot. Alles klar. Die erste aus dem Spiel. Viel Arbeit haben sie ja nicht mehr. Zwei Gents, ne? Hier mal im Portal nutzen tue ich sie so gut wie gar nicht. Oder eigentlich besser gesagt überhaupt nicht. Ich habe hier halt alle Gents so halbwegs auf einer Seite. Da sind Spuren. Da wird gearbeitet. Das ist ein Verletzter. Und sie. Ach, da ist stetigbar noch eine Palette. Ja, da kannst du ruhig hergucken. Ich mache die weg. Ne? Hier. Klappen wir mal gegen. Da ist auch noch eine Palette. Da wird nicht gearbeitet. Da wird nicht gearbeitet. Gut. Da hinten jetzt noch ein Portal hinlege, habe ich sie alle so ein bisschen im Griff. Hallo. Hallo. Na, kommst du wohl. Hey, hier wird nicht gearbeitet. Hier auch nicht. Da wird gearbeitet. Das war ziemlich fleißig. Was macht ihr denn da? Tja, das geht ja aber gar nicht. Könnt ihr euch nicht einfach ein Portal wegmachen? Muss ich ja glatt ein neues hinlegen. So, er läuft. Sie läuft da. Ich habe eine Taschenlampe. Ich lasse mich da jetzt aber nicht zu weit wegziehen. Ich glaube, die arbeiten da gerade an meinem Portal. Finde ich nicht gut, was sie hier macht. Ich kann es sehen. Da ist wieder dran gewerkelt worden. Joa, kann ich nichts hier, wenn ihr die so knapp beinahe stehen lasst, ne? Die Verletzte. Mal gucken, ob wir sie erwischen. Ach, schade. Aber da kommst du jetzt nicht weg. So. Du kommst gleich hier ran. Ich gehe gleich darüber. Du bist auch tot. Ey, das war mein Portal. Ich kann gerne noch eins herlegen. Kein Problem damit. So, zwei sind es noch. Einer ist verletzt. Den anderen hatten wir noch gar nicht im Haken. Ach, mein schönes Portal. Gucken wir mal. Die haben halt jetzt richtig einen Nachteil gezogen. Das werden sie jetzt aber auch schon gemerkt haben. Wenn keiner jetzt einen Schlüssel hat, können sie auch nicht abhauen. Okay, er geht wieder hin. Dann haben wir halt jetzt Ah, noch ist das auch. Ah, schade. Oh, schade. Nein. Nein, 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 nein. Das gibt's nicht. Du. So, du kommst jetzt in den Keller. Ich bin gerade gespannt, was deine Mitstreiterin dann macht mit dir. Ob sie dich da jetzt nochmal holt. Oder ob sie dich hängen lässt. So, du kommst hier ran. Ich leg hier im Portal. Geh gleich, oder? Hoch. Hier wurde auf jeden Fall der Tag verarbeitet. Ja, sie hat ihn wirklich gerettet. Du bist eine klasse Maid. Kann man nix sagen. Ähm. Sorry, ich hab's gehört. Ich wäre nicht auf dich gegangen. Aber wenn du in den Schrank springst, lautstark, dann bleibt mir eigentlich fast nix übrig, ne? So. Ich weiß nicht, wie weit sie gelaufen ist. Ich guck jetzt einfach mal. Gebe ihr nochmal die Chance zu retten. Ja, die geht wirklich nochmal retten. Ich bin gespannt, wo wir jetzt hinlaufen. Ja. Das ist ein bisschen aber gut. Da ist so lang. Steht jetzt aber nicht in der Palette und wartet, oder? Ne. Wo sind die zwei? Ich höre auch kein Jammern. Okay, da ist die da rüber. Keiner da. Doch. Ne. Nur so ausgesehen. Da ist auch die Luke. Gut zu wissen. Dankeschön, dass du dich gezeigt hast. So praktisch. Ich weiß ja jetzt, wo die Luke ist. Ich weiß, dass sie nicht so schnell aufgeht und du bist ja auch noch nicht gehangen. Ich will hier nicht campen, aber wo ist er? Ich möchte jetzt keine Anstalten, dass er sich sterben lässt, oder so. Hm. Gut, er hat sie runtergeholt. Jo, ich bin hier. Ja. Ja. Du hast eigentlich keine Chance mehr, das weißt du. Wo läuft die Cloudette? Die läuft jetzt hundertprozentig zur Luke. Ja. Die läuft zur Luke. Ich guck mal, ob ich schneller bin als sie. Ich weiß nicht, ob ich auch wo sie ist. Dein Pech ist so schnell, geht die nicht auf. Wo ist sie? Nee. Nein! Sie ist noch rausgerutscht. Ah. Dann hat sie es sich wirklich verdient. Puh. Nee, ich hätte sie ihr eh geschenkt. Aber so wusste sie halt nicht. Ja, wow. 25.000 Punkte haben halt das Portal ein bisschen wenig genetzt. Warte. Ah, jetzt steht 14 da. Alles klar. Das hätte mich gerade ein bisschen schockiert. Da ist gerade, glaube ich, 20 gestanden. So. Ja. Haben auch alle relativ gut gekriegt. Bis auf die eine. So. Ja, war eigentlich eine schöne Runde. Eine tolle Runde. Hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ihr könnt es mir gerne einen Kommentar da lassen. Gebt mir ein Like, wenn es euch gefallen hat. Vielleicht lasst ihr auch ein Abo hier. Ich freue mich. Ihr seht jeden Tag neue Videos. Und wir sehen uns dann auch beim nächsten. Bis dann. Tschüss. Tschüss.